Und da sind wir wieder bei Let's Play Starbound! Ja, und ich muss gucken, vielleicht schau ich... Ja! Eine... Ja! Ja! Junge! Ich hab ne Holztoilette! Ne! Doch! Nice! Jetzt kann ich kacken werden! Ja! Müssen wir nicht mehr in die Wildnis unserer Häufigen setzen! Ja, nicht wahr? Oh, so ne schöne Parkbank, die nehm ich auch mal mit! Also nur, wenn ihr nichts dagegen habt! Greift mich einfach an, wenn ihr nichts dagegen habt! Okay, sie haben nichts dagegen! Du musst mal langsam hier hinkommen, hier sind so viele Sachen, die kann ich alleine gar nicht alle mitschleppen! Ich merk's! Da haben wir auch nur Bücher drin! Oh, das ist ein badassiger Schrank! Das sind das nicht nur komische Kinders! Okay, ansonsten nicht mehr... Ganz so komische Babyköpfe, oder sowas! Ne! Ey, nicht die 3-Köpfe, nicht hasst! Ey, ich bin Togo! Ich hasse die! Junge, wer kommt denn da? Team Warth? Nein! Junge, Hauptsache, da kommen so zwei Monster in ein Hausreiner! Ja, da kommen zwei Monster in ein Haus rein! Ich nehm den Hammer, den ich neu bekommen habe, schlag auf die Monster drauf, die greifen mich an, steht hinten im Haus noch ne Wache! Die Wache ballert auf die Monster! Ähm, ich helfe dem, schlag auf die Monster ein, wir schaffen's, die Monster sind tot, der kommt so, schlägt mich einmal weg! Ach, okay! Ey, du Harianer! Ey, ey! Oh, guck mal, wer da ist! So schön! Guck mal, wer da ist! Komm zurück! Drauf ist heimlich allein! Glück zu zweit! Kuckuck! Kuckuck! Ey, der hat den dickes Hammer, Alter! Und ne Bärenhelmet! Helmet, grüß! Gucket dir, gucket dir! Wui! Nice! Ja, ja! Ich hab' nicht mehr was wissen, wer der Babo ist! Okay, jedenfalls noch gebaut, hier kann noch was hin! Gut! Lass' den Raum! Und hier machen wir dann so ne Art Wohnzimmer mit Esstisch! Wo kommt das Wohnzimmer hin? Hier oben! Also, ich hab' so ein paar Sachen gefunden, ne? Ja, ich auch! Also, erst mal! Jaja, erst mal! Komm mal! Moment, ich mach' noch eben kurz was! Ich mach' mal eben dein Bett weg! Nein! Doch! Was ist mein Bett doch? Nein, das ist bitte scheiße! So, die Türen schmeiß' ich jetzt mal eben weg! Gucket dir! Moment! Ich hab' dabei einen Stuhl zu machen! So, das hätten wir einmal! Jetzt krieg' ich auch noch so was! Hey, wo sind die jetzt? So, das ist doch mal schön! Oh, du bist du mit Schüren! Das ist doch mal sehr schön! Ja, ich kann einen Stuhl machen! Wo kann ich einen Stuhl machen? Du kannst dir keinen Stuhl machen! Es gibt keine Stühle für dich! Doch! Nö! Junge, du? Ach ja, das ist ja auch noch für mich! Junge, ich will keinen Schlafsack! Das ist kein Schlafsack, das ist ein Bett! Junge, wie der da drunter liegt! So, ich hab' dann hier bei meinem Bett noch so'ne kleine Leselampe! Junge, ich fühl's mal! Junge, ich fühl's mal! Junge, die Sachen gehören in die Küche, aber nicht ins Wohnzimmer! Junge, das ist ein Esstisch, du Kaka! Ich meinte der, du Kaka! Ich hab' was Besseres! Hm, ja, diesen Nice! Nice! Ja, ja! Ich war jetzt nach unten hin noch! Warte, komm mal her, vielleicht kannst du dich auch da hinsetzen! Vielleicht ist der für zwei! Nee, schade! Ja! Du hast noch mehr davon! Ich weiß, ich hab' noch einen! Warte! Ich mach' aber da... Können wir jetzt zwischen so den Tisch tun? Jaja, ich hab' aber einen Tisch! Ich... So, mal sehen! Den... Äh... Was tun wir da hin? Der? Machen wir ja unten den... Tun wir den da hin? Oder tun wir den da... Nee, das ist ein Hocker! Den... Nee, ich würd' sagen, der, ja! Ja... Ja, ja, definitiv der hier! So, dann brauchen wir noch mal dieses Sofa! Zack! Oh! So, wenn mal Besuch kommt... Ja, wenn dann... wenn mal Besuch kommt, dann können die hier hinkommen! Alter, überall schön mich! Blümchen darf nicht schaden! Wie geht's denn heute? Gut! Und? Was hast du so gemacht? Warte! Ich hab' den perfekten Ort! Ich hab' den privat! Hier müssen wir jetzt bübchen so hin! Hey, geh raus! Das ist privat! Hey, was bist du denn für einer? äh, lass mich kacken Tür zu! Tür zu! Du stürst dich dann So Lass mich! Fertig! Okay, jetzt bin ich dran Toll, machst du einfach so die Tür weg Also wirklich, hat man dir kein Benehmen beigebracht? Ich weiß Ich hab' gekochen tütütütüt! Junge! Riesen banget, ne, warte, dort! Die.. Da, da, da! Jawohl, das ist ein Handbuchbuchung getab Jawohl! Das Klo haben wir jetzt auch schon! Nice! Richtig geil Alter, das ist aber heute viel Jaja Oh, oh, jetzt bin ich fertig Stimmkopf, können wir dann erstmal nicht mehr reingehen Aber warte, du kannst dir Ein Bett aussuchen, also Willst du lieber so ein Bett da haben Wie das, das du jetzt hast Oder Möchtest du So ein Bett haben Lass dir unten ein Gästezimmer machen Ja, okay Mal sehen, was ich für ein Gästezimmer Alles Mal sehen, was ich für ein Gästezimmer So alles habe Ach ja Alter, nein, es gibt mir auch eins Ich will eins in mein Zimmer hin Danke Bitte Ey, ich hab noch nichts Platz, Mann Häng ich den bei dir hin Nein, Junge, ich will auch was in mein Zimmer tun Ey, ich hab ja Das ist leider zu groß Stimmungsgästezimmer Oder nicht unten in die Werkstatt, da passt gut hin Oder nicht unten in die Werkstatt, da passt gut hin Oder nicht, wenn wir den Gästen etwas gut schließen Okay Okay Pass nicht hin Ey, da oben ist zu wenig Platz Dann machen wir ihn hier und nehmen noch ein zweites Wohnzimmer Scheiß drauf Ey Ey Das große sieht sowieso am Video oben aus Warte, 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 warte Warte, warte, warte Warte, warte, warte mal Nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht Warte, 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 warte Hm, was tue ich da Das könnte hier so ganz gut hinpassen Naja, wenn's gehen würde Ne, passt auch irgendwie nicht dazu da rein Warte, was aber geht Mach mal die Taschenlampe, diese Fackel weg Die? Ja Ich mach dafür die hier unten weg Geil Ja man, komm, wir machen Lass uns das lieber in unser Zimmer hängen Anstatt dieses Lagerfeuer Das kommt geiler Lass uns das überall Hier, dann haben wir so überall grün Außer beim Klo Da muss Und das muss gut beleuchtet sein Warte mal, ich mach hier erstmal auch volles weg Oh, sieht das geil aus Wir müssen erstmal auch überall die ganzen Lichter ausmachen Damit wir uns besser sehen können Ja 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 Hast du noch mehr Hande? Ja 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 Ich will es dir nur zeigen Warte dann, 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 äh Ja Nein, ich hab die Außersehne mitgeschmissen Machen wir da so eins hin? Hast du noch einer? Äh, ja, aber nur noch einer Dann stell die da hin, links von dir hin Warte, genau, die machen wir dann hier oben so hin Warte, genau, die machen wir dann hier oben so hin Warte, genau, die machen wir dann hier oben so hin So, ich hab auch noch einer Warte, genau, die machen wir dann hier oben so hin Ja 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 Warte Warte Dann müssten wir gleich nochmal gemeinsam losgehen, dann können wir noch mehr davon den holen Ja, warte, einer stelle ich hier so den, äh, vor die Tür So, als draußen, wo als Laternen Guck Hast noch mehr Sachen für mich, die zufällig als Teko benutzen kann, für mein Ziel Mal Äh, ich guck mal Also, ich hätte auf jeden Fall Sachen für die Küche Oh, 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 was, was auf jeden Fall muss Wo ist es jetzt? Junge, der ist schon wieder mit seinem Riesenteil Hm, was hätte ich denn noch so auf Lager Hier, warte Nimm mit dir Was ist das? So ein Schrank Wo? Ah, warte, und hier habe ich auch noch Wo ist denn der Schrank? Den habe ich dort reingeworfen Ach, da Warte, und hier, das kannst du auch noch, als Teko Gut, dann lassen wir jetzt gleich gemeinsam losgehen Dann können wir mehr von den Sachen holen Unser Haus dann ganz ausstatten Und die Folge ist um Dann würde ich auch sagen, gehen wir jetzt in der nächsten Folge los Und die ganzen Sachen hierher zu schleppen Was hältst du davon? Ah Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Wo uns eine große Reise erwartet Ciao, Leute Ciao Ciao